Hallo Leute, heute habe ich einen super bekannten Sprecher, Michael Pahn. Hallo Michael. Hi Sven. Sag mal, dich kennt man ja für ganz viele berühmte Stimmen. Wen denn zum Beispiel? Wo soll ich da ausholen? In letzter Zeit aus Bob Odenkirk, Better Call Saul und aus Breaking Bad. Wen hast du da gesprochen, Breaking Bad? Den Saul Goodman, den schmierigen Anwalt. Okay. Und in letzter Zeit, ich habe jetzt die Goldbergs zum Beispiel zu Ende gemacht, als Regisseur und auch als... Und wir waren ja zusammen in den Raum Schwerterpreis. Wer warst du denn da? Ja, das ist schon sehr lange her. Wer warst du da? Da war ich der Lieutenant Commander Data. In der Tat, Sir. Genau, und du hast ja tausend andere Sachen noch gemacht. Also und jetzt machst du mehr Regie in letzter Zeit, ne? Ich mache viel Regie, aber ich kann das Sprechen auch noch nicht sein lassen. Gut, danke schön, das war's. Tschüss. Sehr gerne.